Billigserien im Fernsehen spiele ich nicht. Schließlich will ich meinen Ruf als ernsthafte Schauspielerin nicht gefährden. Wenn ich nicht ganz sicher bin, ob die Rolle, die mir angeboten wird, gut ist, schicke ich nach wie vor Adrian das Drehbuch zum Drübergucken. Und überhaupt ohne das Filmfest Biberach und Adrian Kutter wäre das mit meiner Karriere niemals zu Steinberg aufgegangen. Ich würde Filzmeier vorgestellt, gleich eine Hauptrolle und so weiter. Der Rest über mich steht im Internet. Also, denkt an mich, wenn es soweit ist. Ja? Und jetzt viel Spaß beim Film. Ja? Und jetzt viel Spaß beim Film. Ja? Und jetzt viel Spaß beim Film. Ja? Ja? Und jetzt viel Spaß beim Film.